Hallo Leute, herzlich willkommen, Audiobunner ist das Game. Schäbiges Haus, weil es einfach wirklich schäbig ist. Beachtet bitte diese nice... Ähm, warte, die waren nie da, also guckt euch diese nice... Toilette an. Ist sie nicht geil? Also, welcher Mensch hat so eine moderne Toilette zu haben? Keine Ahnung. Also ich hab sie auf jeden Fall, weil ich sehr reich bin, wie man auch meinen Kontostand sehen kann. Aber 31k auf mein Konto. Oh, wir haben auch wieder drei ganze Mails. Thomas Pilzschner, Anbauwand. Jemand muss die Wand abreißen? Oho. Bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem, ja. Sollen wir mal die Anwände bauen? Ich schreibe, hallo. Ich schreibe ihnen, da ich gerade eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon drei und ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt. Seien Sie bitte das Schlafzimmer in zwei Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. Das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Viele Grüße, Thomas Pilzschner. Alles klar, wir akzeptieren natürlich diesen Shop. Shop. Wir akzeptieren den Shop, genau. Wir akzeptieren den Shop. Und dann gehen wir auch direkt da rein. Ganz nice, dass ich auch jetzt Wände bauen muss. Das heißt, es ist wieder ein neues Feature. Shop. Ha. So. Ähm, nicht wundern, dass das Video eventuell etwas später heute kommt. Liegt einfach daran, dass ich Geburtstag hatte und, ähm, ja. Video gesehen. Wieder. Warum soll ich denn jetzt hier noch Steckdosen reparieren? Ich gehe dann nur um Welle zu bringen. So kommen. Naja, wenigstens muss ich nicht ausräumen, meine ich. Posträumen? Äh, ihr wisst schon, was ich meine. Hop. Dann einmal dieses Kabel rein. Hop. Also, falls es rumlägt, ich weiß es selbst nicht, warum es lägen würde. Es tut mir auch sehr leid, dass es lägt. Ähm, eigentlich sollte es aber nicht lägen. So. Ey. Was ist denn hier noch ne? Ich muss das Acht hier oben. Dann raus damit. Dann können wir diese scheiße Wände machen. Dazu bin ich nämlich eigentlich hergekommen. Gibt alles extra Geld. Wie ich einfach zwei Schrauben auf einmal, äh, reindrehen kann. Ich bin einfach Magier. Ich bin einfach Magier geworden. Zack. Bam. Äh, hier geht's raus. Also, hier sehe ich schon. Diese Wand muss hier anscheinend weg. Diese Wand hier. Abreißen, ja. Ah, ja, 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 ja. Diese Wand hier muss, äh, machen wir sie weg. Zack. Bam. 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 Alles schön weg. Alles schön weg. Ey. Mann, mach doch mal was. Zack. Zack. Und wann steht er hier noch? Weg. Weg mit dem Dreck. Weg. 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 Auch weg hier. Mann, das steht er hier oben auch noch. Weg damit. Find's lustig, wie man auch einfach so die Wand einreißen kann. Könnte sein, dass ich auch ein bisschen krank werde, im Moment. Äh, Leute, deswegen höre ich mich auch ein bisschen anders an, eventuell. Ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt. Wow. Verbesserungen. Ja. Schneller abbeißen. Ja, natürlich. Oh, ich freue mich gar nicht mehr. Ist hier rot. Keine Ahnung. Äh, das ist doch falsch. So, auf jeden Fall soll ich jetzt Wände bauen. Äh. Hier ist zu wenig Platz. Ne, hier ist gar kein Platz. Äh, nicht zu wenig Platz. Bamm. So schnell kann ich das bauen. Reichen die das selbst oder was? Baue die Wände. Soll nur Wände bauen. Steht hier. Steht hier, soll nur Wände bauen. Dann brauche ich die Wände auch nicht. Wenn ich die baue, die ist direkt weiß. Das ist ja übelst, okay. Warum muss ich das denn feiern, oder? Süßkrott. Weißt, die Wände sind schon automatisch weiß gestrichen. Damit jetzt. Einfach nur ein Bett kaufen. Einfach nur ein Bett kaufen. Ist zu groß. So, alles fertig. Ja, gut. Also dieser Job ging auf jeden Fall sehr schnell. Ich habe auch 2800 damit gemacht. Also Plus ist auf jeden Fall da drin. Kann man sich nicht beschweren. 2800 für Wände abreißen. Schmeckt. Das schmeckt. So, jetzt mache ich mir erstmal hier was zu trinken, weil man halb kratzt. Oh ja, jetzt fühlt es sich viel, viel besser an. Definitiv besser. Das ist doch mal was, was man kriegt. Also nochmal, wenn du abreißt, habe ich jetzt keinen Bock. Freil mich von dieser schrecklichen Farbe zu. Ich mache lieber, ich bitte um Hilfe, Gaties. Gut, aber ich bin eine ältere Person und vermiete schon seit Jahren Wohnungen an Studenten. Leider hat mich in diesem Jahr ein schreckliches Unglück erteilt. Ich habe es mit einer äußerst verdächtigen Gesellschaft zu tun bekommen. Wir haben nicht rechtzeitig bezahlt, bin ich gekommen, um es zu überprüfen. Was hier vorsichtig geht, als ich die Tür zur Wohnung geöffnet habe, war mir also mein Herz im Leibe gestehen. Das ganze Haus versaust auf dem Boden. Überall Bierdosen, Schlammflaschen und sie selbst sind in der Küche zufrieden auf dem Fußbogen gelegt. Haben gesoffen. Nach meiner Warnung, dass ich die Hinauswerfer, wenn nicht gezahlt würde, haben sie bezahlt. Wie sie später herausgestellt haben, haben sie einfach die Heizkörper als Altenzeit verkauft, um an Geld zu kommen. Meine guten alten Möbel sind weg. Dazu haben sie, hier scheint, die halbe Müllhalde reingetragen. Ja und am Ende haben sie noch die Kierengarfe, die Auszahlung der Kaution zu fordern. So etwas aufzuräumen, um zu putzen, wäre nicht für meine Nerven. Doch für meine Gesundheit, bitte sich diese Angelegenheit anzunehmen. Ja ok. Oh, meine Nase tut wieder übelst weh. Alles klar. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Dreck. Achso, das ist dieses Haus. So, erstmal das hier wegmachen. Hier ist noch ein bisschen. Hier. So, soll ich hier auch noch sauber machen. Öffnen, weil das hier so ein Stink drin hat. Es soll nämlich nicht. Aber ich habe absolut null Bock zu reden, Chad. Also, kann irgendwie auch nicht mehr reden. Das heißt, es könnte sein, dass eventuell bald nicht so viele Videos kommen. Weil ich einfach krank werde. Und mir das nicht so gut geht. Könnte sein, dass ich dann ein bisschen vorproduziere. Oder dass ich gar nicht Videos mache. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so laut gehört. So, da bin ich wieder. Ich muss ja tatsächlich kurz weg. So. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wieder beidem. So, auf jeden Fall die Wände müssen wir streichen. 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 Ich muss noch eben das machen. Zack. Und so, zack. Upsack. So. Oh, ich habe noch ein Schiffespunkt. Kann ich vier Wände auf einmal streichen? Das ist doch schon mal was. Ne, ist doch auf jeden Fall. Schau mal meine Nase, ey. Schaut die Leute, dass ihr das einfach in dem Video ertragen müsst. Boah. Boah. Boah, die Nase läuft gerade übelst. Gehen wir mal hier in das Zimmer. Boah, ist hier wieder viel Dreck, ey. Ich frag mich, wie man überhaupt so viel Dreck hinterlassen kann. Und jetzt erstmal noch das, er steht schon wieder kurz ab. Hier haben wir den servigem Schiffschiff und so, doch im Schiffschiff. Und jetzt kann ich einen Jiffschiffschiff-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn-Binn. Natürlich auch die Fenster rein. Gibt es auch Fähigkeitspunkte dafür? Einmal Nellis bauen. Hier gibt es dann einmal Zerstörung. Besserter Hammer, Leistung. Einmal Nellis Händchen. Ne, gibt es tatsächlich nicht. Hm, weiß ich jetzt nicht. Naja, egal. Große Heizung kauf ich denen nicht. Aber wofür brauchen wir eine große Heizung? Das ist eher die Frage. Das Zimmer ist dann einfach auch fertig. Auch. Wenn du eine Person mit Kakerlakenphobie bist, kannst du in den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken mit Glasstück hochwerten. Okay? Wenn ich Kakerlaken nicht so Mark anschalte, kann man das ändern. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. So, hier ist auch auf jeden Fall noch Schmutz. Hier gar kein Schmutz mehr. Hier irgendwo, keine Ahnung, nirgendwo schmutzig. Gar, ich mach erst mal das im Bad. Da und da. Soll denn hier noch Schmutz sein? Ah, das ist weg. Hm. Also echt? Da war kein Schmutz? Naja egal. Ähm, bauen wir hier mal so ein Waschbecken hin. Zack, zack, rein, rein, drauf, zack, 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 rein, drauf. Und zack, zack, zack. Dann noch dieses komische Dingstrauen. Zack, zack, zack. Und festschrauben und bam! Und direkt in eurem Montage. Hier. kann ich auch sehr schnell montieren wie man hier sehen kann das zimmer und räumt einmal auf weil hier auch sehr viel dreck also ich frage mich wie man so leben kann hat mich echt mal so leben kann aber egal ist ja nicht so schön solch eine heizung montieren keine ahnung wo aber da montieren so bam 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 kack 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 so das haus ist dann auch fertig die müssen wir nur noch hier machen und hier sind die kakerlaken so machen wir das hier alles weg der wand kann man eigentlich in diesem spiel springen früher konnte man hier nie springen zack 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 Ja, eine lebt noch, so, weg, jetzt können wir wischen, so, alles schön sauber machen, Verbesserung, aufrollen, alles klar, da, zack, zack, fertig, rein mir den Müll auf, ach, hier oben, ja, wie soll man das denn sehen, ey, das ist ja versteckter als versteckten, so, machen wir das hier auch nochmal weg, Und wir montieren mal wieder eine Heizung, weil die alle zu arm sind dafür, Mann, also ich bin ja echt selten krank, muss ich sagen, aber in letzter Zeit irgendwie, nicht so, Keine Ahnung warum, aber da bin ich jetzt bei 100, ne, ach hier, ach hier, hier ist ja auch noch ein Raum, So, überall Bier, ne, Überall Bier, Fenster rein, So, hier auch nochmal, damit hier alles schön sauber ist, Und dann wird das ja noch montieren, ey, warum ist das so nah, so, zack, zack, und sind wir noch nicht fertig, warum denn, warum sind hier manche Wände rot, manchmal, manche nicht, Schau mal hier, wo jetzt noch der Schmutz, hier ist nix, hier auch nicht, ah, hier habe ich jetzt, Und dann ist hier irgendwo noch ein Raum, wo ich nicht drin war, Hier war ich auch schon mal drin, hier auch, da auch, Ach hier war ich nicht drin, und bei dem anderen auch nicht, Deswegen, kann ja keiner ahnen hier, So, Fenster rein, So, Waschmaschine soll ich machen, Erst die Heizung, weil die relativ einfach geht, so, So, Zack, 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 Und ne Waschmaschine, also wo muss die denn hin, ach hier, Hier muss die Waschmaschine hin, eine Einbauwaschmaschine, Oh, ich habe ewig keine Waschmaschine in diesem Spiel gemotiert, Das muss auch rausgeschraubt, Das muss, erscheint auch rausgeschraubt werden, So, da muss ich hier irgendwas drin, So, Da rein, Das muss da rein, das muss da rein, fertig, So, Ach hier, genau, Brauchen wir mal alles voll mit Dreck, Zack, Aber hier kann man den Dreck schön sehen, Einfach nur, weil es blau ist, Also hier kann man es perfekt sehen, muss ich sagen, So, zack, Alles weg, Damit kann man das hier schön sauber machen, Dieses Video geht auch ein bisschen länger heute, Tatsächlich, also es geht jetzt schon 3 bis 20 Minuten, So, aber dann haben wir wenigstens heute mal zwei Aufträge fertig gemacht, Weil sonst haben wir immer in einer Folge nur, Äh, Einen geschafft, Heute mal etwas länger, muss ich sagen, So, und da ist es auch schon fertig, Und mit diesem Abschluss würde ich sagen, Das war's mit dem Video, Wenn es euch gefallen hat, Lasst ein Abo und ein Kommentar da, Schaut auch gerne mal auf meinem Discord selber vorbei, Ist unten verlinkt, Da könnt ihr gerne mal joinen, Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch supporten, Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Ja, haut rein Leute, Eierstando, Ciao, ciao, Ciao,